Leute, dieses Wochenende kommt eine neue Folge Marvel Backstage. Vielleicht seht ihr schon, ich bin mal wieder auf einer Messe, aber nicht auf irgendeiner Messe, sondern auf der Spielbahnmesse. Es ist mal wieder ein Jahr her und die gucken wir uns zusammen mal an. Schaut auf jeden Fall dieses Wochenende vorbei. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.